Ich bin jetzt Trainer für die Nationalmannschaft Bahn, seit sieben Jahren in Schwitz. Und ich bin in der Schweiz mit der Beziehung. Und ich habe gedacht, jetzt ist es Zeit, dass wir wieder vorne anfangen und wieder eine breite Basis machen. Und darum ist die Idee für die Tempo an 4. Und ich bin selber mit dem Motivation. Und ich bin in der dritten Ort an der Bahnleidenschaft, in der Mannschaft von Verfolgung. Und die Tradition ist nie verloren. Und ich kann die Tiere wieder aktualisieren, dass man mit dem Sie wieder in der Biersparade sind. Das sind die Tiere, die in der Welt erfahren. Also für die jetzt die Olinge...